Wo bist du? Steck an, steck an! Nein, ich will doch gar nicht. Er kommt wieder. Und dann gebe ich ihm Aimball. Er kommt nicht. Warum? Volle Karre kaputt, nein, okay. Vor einem Bullen mit Taser. Easy, würde ich auch abbauen. Hab ich Angst. Ne, passt auf. Passt auf, kommt mal. Habt ihr Waffen? Ja. Ich hab ein Polizeiauto tatsächlich. Ja, kannst ja parken. Nein, ich klauen dir halt nicht, hallo. Außer du nimmst mich fest und kriegst Kohle. Was? Alles klar. Ich park das dann mal eben. Jaja, geht bei... Hast du das auf einer Person gepackt? Nein, aber ich vernicht doch eben den Schlüssel. Ich bin fair. Ich vernicht... da, zack. Schlüssel ist, vernichtest. Inventar, Schlüssel und dann wegwerfen. So vernichtest du den. Ich bin dann fair. Ah, Sniper! Ah, Sniper! LOL! Robin Klopfer! Was? Spielst du CSGO oder wo hast du das AIM, ey? Was? Ich treffe kein Schuss. Ja, du bist ein Schieß daneben. Ja, du bist ein Schieß daneben. Geht doch! Ja! Richtiger Lappen, der Boll. Zehn Mal, hattest du? Ja, ein Magazin und noch eins. Ah, er hat mein Auto vernichtet. Ja, lieber nicht. Ja, lieber nicht. Jetzt werden Strafzettel wegen Hässlichkeit verteilt. Hartwin, wo bist du? Ja, komm doch, Medic. Ich muss aufhören. Okay, alles klar. Wollte nicht, dass du Stress kriegst. Nein! Der ist schon wieder da, der vor dir. Wer denn? Der schwarze Lieferwagen oder wer? Alter! Nein, ey! Wo kommen die ganzen Beton... Alter! Was ist jetzt los? Ey, warum... Ey, ja... Schießt er schon wieder? Der schießt auf Kali, tatsächlich. Das stimmt nicht! Ich bin dein Regenboden, du siehst dich gar nicht. Ich seh eh nix davon, ey. Alter, jetzt hast du mich aber erwischt. Wie geht das? Jetzt dein Strafzettel wegen Hässlichkeit verteilt. Wuiiii! Alter, jetzt schieße ich dich auch gleich rüber drauf. Er war die Täter? Alter! Ich tätert er mich einfach wieder! Ich bin in Ordnung bei mir. Erstmal Beweisvideo neuer bei YouTube online stellen. Quatsch! Ist alles so Spaß! Fick dich! Wähle zu denen, was du weißt! Ich find das cool, wenn du mit den Leuten Spaß haben kannst. Sprich nur für den Server. Ah ja, nur dass du's warst, gell? Ich bin in einem Klaas. Jetzt hör doch mal auf mich zu tasern, du Lappen da oben! Ja, dann musst du schneller rennen! Lass mal aus das Telefon rausgehen, komm! Nein! Warte, warte, warte! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Hier kommen einfach Schüsse an! Ich hab den Schalldämpf abgemacht, jetzt kann ich viel besser zu zielen! Okay, was du nicht sagst! Mit Schalldämpf verliegt die Waffe viel schwerer als ohne! Ja! Das ist alles Info! Ja! Okay! Aber... Ich bin in einem praktischen Clan, ich muss wissen! Kriegst du Schaden da hinten? Jeder Schuss in One-Click, mein guter! Ja, ich muss nachladen! Nein! Nein! Ich hab kein Magazin mehr! Egal! Erf, Waffe entpacken! Ich war das nicht! Vergiss es! Ist mal nicht! Ja, ich hab ein paar Tage vorgelegt! Ich hab ein paar Tage vorgelegt! Ich hab den Lacken! Ich hab den Lacken! Ich hab den Lacken! Ich hab den Lacken! Ja, ich wurde gerade gebläht mit einem Polizeiauto! Das Foto möchte ich sehen.